Liebe Weinfreunde, ich stelle euch heute einen weiteren Wein des Monats vor und zwar den Rotwein Herz über Kopf vom Weingut Ams. Das Weingut Ams hat diese Serie, es sind insgesamt drei Weine, haben ihn rausgebracht, weil sie gesagt haben, man muss sich tolle Momente machen. Ich finde, es passt in diese Zeit ganz hervorragend und dieser Wein macht euch auch einen tollen Moment. Er ist ganz geschmeidig am Gaumen, ist ein richtiger Gaumenschmeichler. Wenn ihr ihn schon ins Glas gießt, merkt ihr im Bouquet tolle beerige Früchte und der Kaiserstuhl ist die wärmste Region in ganz Deutschland und das merkt man auch. Also die Frucht ist richtig süß und saftig, ist ein trockener Wein, aber es kommt halt sehr geschmeidig rüber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Wein, macht euch tolle Momente gerade in diesen Zeiten und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.